Cockpit Vorbereitung Vorflugkontrolle durchgeführt Benzinvorrat und Öl geprüft Gepäckraumklappe verschlossen Rettungsgerät entsichert Bordbuch und Papier an Bord Betriebsschuldenzähler geprüft Türen geschlossen Gurte angelegt Höhenmesser QNH Avionik und Kommen aus Zündung, Magnete aus Sicherungen geprüft Ruder, Leichtlinkel Brandhahn auf Parkbremse setzen Hauptschalter ein Magnete, beide ein Kraftstoffpumpe, ein Straub, ein Vergaservorwärmung, kalt Joke ziehen Motor starten Vergaservorwärmung, kalt Schusssäge Dämmel Dämmel Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020